Du siehst die Level ja nicht vorher, ne? Ne, ich seh die Level nicht vorher. Da ist wieder so ne Wind. Also ich seh die verspätet. Da ist so ein Wind. Ding wieder. Da ist Wind, aber da war schon... Treppen oben unten ist was. Ach du lieber Gott. Ich bin hier. Was brauchen wir denn? Ich brauch einen Stick. Du hast, der Grill ist bei dir drüben. Das ist super. Stickpilz. Banane. Ananas. Banane. So. Du hast auch ne Schneider, oder? Echt? Ah, scheiße. Die hab ich echt nicht gesehen. So ein Mist. Warte, ich geb dir hier so ein... Nixer. Hin. Mir nicht, dass ihr euch wundert, dass es offline passiert, dass wir das, dass dem Gerbi das M umgekippt ist. Da entspießest gleich gut. Achso, du brauchst nen Teller. Warte, hier hast nen Teller. Du kannst doch bei dir oben den Smoothiebecher holen. Alle beide am besten gleich. Ja, 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 ich bin schon. Aua. Jetzt hab ich mir das Schienbein hier angehauen an der Treppe. Es gibt aber, das ist aber nicht so schön. So, warte mal, wo bin ich denn? So, warte mal, das ist das Erste. Erste. Banane ist das Zweite. Soll ich da hier ein Smoothie-Ding hinstellen wieder? Ja, ja. So, dann... Hähnchen, du kannst ja die Spieße in die Mitte stellen, oder? Dann kann ich das direkt dran schmeißen. Ja, ja, kann man machen. Irgendwas wie... Was ist... Was? What the fuck? Willst du mich verarschen spielen? Du scheiße... Was war das denn? Wo, wo? Das ist alles anders so. Warte, warte, warte. Wo hast du... Abwaschen? Hab ich abwaschen? Hat dir irgendjemand abwaschen? Nein, eine Pistole. Eine Pistole oben bei dir. Bei dir liegt eine Pistole. Ja, ja. So, haben wir das. Das Smoothie ist bei mir. Was muss ich machen? Da, ach so, wo machst du das? Hähnchen? Du musst ein Hähnchen mit Erdbeeren machen. Äh, ne, Tomate. Hähnchen mit Erdbeeren. Ja, ja, schmeckt auch bestimmt. Bestimmt. So, das ist da dran. Da rührt was. Das ist ein Pilz. Die schmeißen wir da ein. Und noch Tomate. Der eine Becher. Du musst das eine Ding holen. Ja, ich hol das eine Ding. Und tu das wohin? Wo drauf? Äh, das ist unten. Unten, damit es weg und kein. Und oben die Banane liegt. Na, ich muss mal noch rein machen. Ähm. Ein Mixer. So, da unten fehlt nur. Aber ein Pilz. Äh, ne Tomate unten. So, noch was? Ananas. Hab ich noch was? Ananas. Ananas. Zieh. Pass auf, hoch, geh hoch, geh hoch. Nimm den Becher mit. Nimm den Becher. Gut, egal. Wie soll ich denn das machen? Pisse, pisse, pisse. So, das müssen wir schon mal den Becher mit runternehmen. Becher, hier ist die Kackdauer. Bring mal die Pistole mit runter. Ich muss auch abwaschen. Ja. So, das sind erstmal die Becher. Das ist die Pistole. Und hier ist noch ein, ähm. Äh, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Gut, bitteschön. So, nach dem Spießgewehr drauf tun. Oder so ähnlich. So, der Mixer ist fertig. So, das muss hier. Ne, doch nicht. So, dann Melone. Melone bitte drei Stück. Achso, ja, mach ich. Nimm ich mir alleine. Nimm ich mir alleine. Äh, der eine Smoothie ist fertig. Ja. Kippen wir hier rein. Du gibst ab. Vielleicht nicht auf Kante. Dankeschön. Der war falsch. Zelt, kannst du zusammenfügen. Ähm. Gut, dann nimm ich mal das. Da hatte ich die Tomate. Ich brauch noch. Oh, Hähnchen. Ananas und Pils. Was? Achso, Pils. Zelt, holst du doch einfach. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, da ist das Wasser. Oh, guck mal, da ist das Wasser. Oh mein Gott, das ist wild, ey. Aber jetzt müsste doch eigentlich alles frisch sauber sein. Ich muss ja gar nicht abwaschen hier. Eben, ich finde das auch eine Unverschämtheit hier. So, warte mal. Jetzt haben wir ein richtiges Labyrinth. Jetzt kann man ja wenigstens auf die andere Seite launchen. Ja. So, dann ab, 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 da unten. So, das sind die Becher. Wo muss ich Pils? Hast du schon? Nee. Nee. Ach, da komm ich. Achso, doch, hier. Was ist das denn für eine Kacke? Pils. Pils. Ich habe keinen Spieß. Hier ist ein Spieß. Der ist gut gelegt. So. Ich habe keinen Becher. Boah. Du bist auch nur am Jamal hier. So, Pils, Tomate. Tomate. Oh, und noch eine Ananas? Äh, eine A da oben. So. So. Was ist denn der blöde Plaza-Balk? Oh, die Böme. Hier ist noch so ein Stäbchen. Ananas. Was ist denn? Was ist denn hier? Hä? Ist schon wieder kalt, das gibt's doch nicht. Ich glaube, das Wasser komme ich jetzt gleich. Nee, ist gleich zu Ende. Achso. So. Aua. Das trägt meine Mama. Das muss man schneiden. Ja, liegt doch schon in der Spieke schmitten. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich war nur auf der Spie. Ja, ja, jetzt malen noch die Tomate. 800 Pfadze. Oh je, mini, oh je, mini. Ja gut, das war jetzt auch sehr überraschend, muss ich sagen, dass da einfach Wasser kam. Also da kann ja keiner mit rechnen. Ja, aber dass wir das Zeug ja noch ein halb waschen müssen, finde ich ein bisschen heftig. Ja. Eben, wenn da schon Wasser ist, dann... Oh, okay, Salzwasser aber. Ja, was soll's? Wir müssen ja nicht essen, das Zeug. Ich wollte gerade sagen. Gut, ab zum König, dann hat man das da auch geschaut. Das Surfen-Turf. Das Surfen-Turf. So, und dann können wir es endlich deinstallieren. Genau, das mache ich. Das mache ich sofort. Nach dem Königgespräch wird es deinstalliert. Du bist König. Ich bin König. Bravo, was für ein Triumph. Und perfektes Timing, ich habe gerade mit dem Rad telefoniert. Jetzt setzt du ohren. Du sprichst mit mir? Oh, ich bin ja so dankbar. Ja. Ja, also, was das angeht, ähm... Natürlich habe ich Ihnen von den herrlichen Buffet erzählt, dass unsere Köche hingerichtet hat. Ja, hingerichtet passt bei unserer Kochschule woher. Und weißt du, als Scheid, ist es so, dass wenn man um ein Haar das Ende der Welt herbeigeführt hat? Wuff. Zweimal ja. Wuff. Nun, jedenfalls sagen sie, dass da wohl mehr als ein köstliches Bankett nötig ist. Kevin? Ohne Worte. Ohne Worte. Aber keine Sorge, meine Champions, wir finden einen Weg zurück ins Zwiebelreich. Und bis dahin scheint die Sonne und der ganze Sommer dreht sich um euch. Und bei all diesem Essen, also, da ist doch genug für eine Party da. Wer hat Lust auf eine Polonaise? Kevin? Kevin? Ich glaube, Kevin hat keinen Bock. Nee, hätte schon keinen Bock drauf. Polonaise mit Mayonnaise. Wir machen lieber Walzer, komm. Lass Walzer tanzen. Nee, 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 nee. Nein. Komm schon, komm schon. Da hau ich lieber ab. Da hau ich lieber ab. Da siehst du, haben wir das auch. Ja. So, ich bin raus, ist gelöscht. Nee, ist es nicht. Kann ich beweisen. Guck da. Charlie ist noch da. Hätt sie es gelöscht, wäre sie nicht mehr da. Doch, doch. Doch, doch. Wir sagen jetzt einfach tschüss und bye bye. Schaut bloß nicht mehr rein. Es wird kein Overcooked mehr geben. Es wird kein Overcooked mehr geben. Und vielleicht haben wir nicht noch Kevin Level? Nein. Du hast gesagt, wir machen jetzt noch den König und dann löschen wir das Spiel. Er hat mich gesagt, ja, okay, mach mal. Ja, ja. Das hättest du dir eher belegen müssen mit Kevin. Nee, nee, wir machen den Kevin noch. Ja. Das schaffst du auch einen Stern alleine. Du hast gesagt, ich darf es jetzt löschen. Das habe ich gar nicht gesagt. Bei dem haben wir eigentlich alle Kevin Level. Wir haben glaube ich eins. Eins. Es gibt nur ein Kevin Level. Wir sind durch. Es gibt nur ein Kevin Level. Krass. Das ist ja mal krass. Wollen wir das gleich noch machen? Ja komm, dann machen wir das eh nicht. Komm, das ehne jetzt ist so ein kleines Bonus, hängen wir mit dran. Ja, ja. 100 Sterne. Nur für euch. 100 Sterne? Okay. Jetzt übertreibt man nicht. Die 100 Punkte, die kriegen wir schnell mal hin. Und dann... Dann dürfen wir es löschen. Dann haben wir auch sogar Kevin gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Ein Kevin. Oh, dunsten. Wer hätte es geahnt? Wer hätte es geahnt? War was ganz Neues. Dunsten. Wo bin ich? So, es ist Frau und Fisch. Ach, ich bin hier oben. Ah, guck, guck. Äh. Was will ich denn damit? Keine Ahnung. Ähm. Achso, warte mal. Ach, guck mal. Bitteschön. Ja, gib mir den Fisch. Gib mir den Fisch. Ah, da rein. Passt das? Ja, passt. Das brauchst du. Da trieb misst es. Nee, da will ich nicht. Das ist ein bisschen doof. Da. Da. Wieso brauche ich das? Da, weil du den Mixer hast. Achso, ich habe den Mixer. Jetzt, wo du das sagst. Da. Da. So, warte mal. Jetzt küsse ich dir das. Äh, was soll ich denn? Achso. Fisch kann man schon mal raus machen. Achso, du brauchst das. Was hast du denn das Mehl zurückgeschmissen? Ich weiß nicht. Achso, jetzt müsste das nämlich, ja genau. Zum Schneiden muss ich das so rumdrehen. Zum Rüberbringen muss es so sein. Sprinkle mal die Teller. Sprinkle mal die Teller. Was soll ich mit dem? Du musst die dann abwaschen. Ich wasche die nicht ab. Das wäre ja noch schöner. Ja, nee, da steht doch ein Fisch. So, was macht denn noch? Ja, ja, das schade. Du, 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 du. Ja, ja, genau. So, warte mal. Hier, noch ein Fisch. Noch ein Fisch. Wieso? Danke, dafür kriegst du Teller. Das ist ein guter Tausch. So, hier hast du ein bisschen Mehl. Die Korotte lege ich mal da hin. Ich will lieber noch eine Korotte. Oh, Schiff. Du wolltest doch eh beiden gehen. Ja, ja, genau. So, hier hast du deine Karotte und Mehl. Genau, equipiert also Fisch. So. Und wir abwechselnd geben. So. Ah. Mein Gott, nee. Ich denk, warum rührt das denn nicht? Das steht daneben. Sag mir das doch. Mein Gott, nee. Oh, Gott, 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 Gott. Da musst du die Teller eh hier rüberschieben, wa? Also, ich weiß nicht, warum du die hinten staupelst. Ich kann ja nicht... Weil, ich nicht weiß. So, jetzt, jetzt kann ich den Fisch abgeben. So, ich verstehe auch noch eine Möhe. Das kann ich hier irgendwo hinstellen. Wo denn? Oh ja. Das da drauf, das da drauf. Das mal da rein. Ja, hier bitte. Das will ich damit. Ja, das sind drei Möhren im nächsten Gericht. Also, nicht im nächsten. Ja, vorüber. Vor... Und... Nee, Pep steht schon. Ja, nicht alle ins Wasser. Was soll das denn? Ja, da hast du aber Glück gehabt. Das war alles geplant. Ja, ja, genau. So, das, das. Nicht noch mehr Mehl. Hat alles zugemehlt. Und das hat zwei Sterne gegeben. Der Quatsch hat zwei Sterne gegeben. Die Kevin-Level, ich denke langsam das Gefühl, das sind wirklich nur so kleine Push-Level, um wenn du in der Haupt-Story, nein, Haupt-Story, in der DLC-Story festhängst, dass du dir noch irgendwo Sterne erfarmen kannst. Und deshalb haben wir hier nur ein Level, oder was? Ja, keine Ahnung. Guck mal, da ist noch ein Knopf. Bist du da schon drüber? Ach so, das hat das Blaue da hoch gemacht. Aber sonst haben wir doch immer gesehen, wo die Kevin-Level waren. Da waren immer so, so diese, diese komischen Honig-Bauben-Dinger da. Ja, vielleicht kommt da noch was. Oder vielleicht war es das, wer weiß das schon. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Sollte noch was kommen, schieben wir das nach. Ansonsten. Ja, machen wir noch so ein 3-Minuten-Video oder so. Genau, genau, das geht dann voll wie roll. Genau. Ne, ich finde kein Kevin-Level mehr. Ne, ich sehe jetzt auch nichts. Also wenn ihr noch ein Kevin-Level seht, schreibt es nicht in die Kommentare, weil wir wollen es eh nicht spielen. Genau, so in der Reihenfolge. Ansonsten wie immer Daumen nach oben und ja, vielleicht sehen wir uns ja in einem anderen Let's Play-Stream-Wahlweise irgendwie sowas. Ne, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Video, Live-Show, Konzert, Opa und was haben wir schon auf die Beine stellen. Genau, Opa. Ne Musical von mir aus, oh. Ja, ja. Gerbi, der Film. Oder sowas in der Richtung. Gerbi, der Film, genau. Das war doch die Idee. Mit Charlie Baden gehen. Was? Oh Gott. Ne. Ja doch, hier Urlaub und so, deshalb. Urlaub. Ich fahre nicht in Urlaub, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Ich habe zu wenig Likes auf meinen Videos. Ihr müsst mehr liken, ich muss in Urlaub. Ja, 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 ja. So animiert man Leute, das ist gut, das ist gut. Ja, mach doch scheiße Daumen hoch da. Papa will in Urlaub fahren hier. Komm. Ich habe aber nicht scheiße gesagt. Also ne, also echt. Ne. Also echt. Ne, gut, das war's. Ja, ja, ja. Tschüss dann jetzt. Genau, ciao. Bis im Urlaub. Bis, bis, wir sehen uns. Im Urlaub. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.